ok aber jetzt mal ohne scheiß wie viele kameras hier sind oder guck mal alleine in diesem in diesem sichtbereich auf der map vier stück und wir haben schon vier stück weg gemacht durch ja und jetzt ergeben ja ist klar hier ist es gerade ultra überwachung das geld fällt mir überhaupt nicht du saul ok graffiti schalten sie alle feinde wo sind denn noch feinde jetzt hier komm jetzt geht es vorsicht katze katzen sind gefährlich aber auch süß oder nicht was will der mir jetzt sagen damit vorsicht katze muss man angst haben vor katzen die schablonen sieht schon mal sehr sehr geil aus boah ok das sieht richtig geil aus das sieht ja mal richtig geil aus so sieben scherben was haben wir denn hier woher weniger schaden erweiterte sprint naja nicht wirklich das brauchen wir jetzt nicht wirklich haben wir hier vielleicht noch irgendwas nahkampf sprintschlag ja komm das kaufen wir dann aschegeschoss kostet mal 8 scherben ist ja klar gar kein problem 8 scherben ja hier 6 scherben ja auch kein problem 8 scherben auch kein problem was ist denn das hier alles so teuer na gut dann müssen wir sparen jetzt moment mal warte mal ich wollte nur mal ganz kurz gucken wie weit der bereich eigentlich ist neben den sachen um denn vielleicht so ein bisschen herein zu interpretieren dass man vielleicht ja noch voll viele fähigkeiten bekommen können wenn die irgendwelche dlcs raushauen oder so unter anderem natürlich die papierfähigkeit die ich doch hoffe dass man die bekommt am ende weil sonst war ja alles umsonst mein paper trail ding bist du nicht niemand ist auf meiner seite ich bin allein gänger ich habe niemanden auf meiner seite so moment das haben wir auch noch weg ansonsten ist hier oben nichts mehr können wir eigentlich nur noch hier runter gehen aber nur ein grafitti war hier noch super weeeeee so dann schauen wir mal naja ich höre doch schon wieder was ich habe doch schon wieder irgendwas gehört also ich bitte euch gesehen habt ihr mich nicht gesehen habt ihr mich nicht dabei gehört aber vielleicht so jetzt da mal 44 prozent immer noch alter falter hm da sind gegner was sind denn die scheiß kameras wo sind ihre manieren oh shit hahaha hallo hallo alles klar dann halt nicht das schlagen dauert so lange hier Oh shit, oh shit Manchmal frage ich mich, was ihr alle aushaltet, ihr kleinen Pisser Was sagt der, Bioterrorismus ist anti-amerikanisch, Bioterrorismus Meins Bam Okay, wo ist das Geschütz, wo ist das Geschütz, hier oben Okay, auf dieser Ebene ist ja gar nichts Alles klar Wow, du flüchtest Hat sie ihn zerfetzt Er ist ja ein Schwächling, er kann ja nichts Wow Ja, ist ja gut, ist ja gut, Geschütz Kommst du nicht ran Kannst dich nicht so weit drehen, das tut mir aber leid So, jetzt nehmen wir das hier auch noch ein Okay, kaputt Gehen sie bitte kaputt Das auch Okay Wie erwartet Okay, so, her mit den Ja, 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 wir kennen das doch schon Junge, wir spielen das nicht erst zum ersten Mal hier So So, das nehmen wir auch noch mit Das hier auch noch What the fuck Ja, wissen wir doch, wissen wir Das machen wir, glaube ich, auch gleich nochmal Genau Genau, dann kriegen wir nämlich eine neue Eine neue Jacke Oder machen wir das beim nächsten Mal? Ich weiß nicht So Wo werden wir das? Wo müssen wir da hin? Da oben hin Oh Gott, oh Gott Na komm Dann machen wir das schnell noch Leute, machen wir das schnell noch Dann kriegen wir noch eine neue Jacke Weee Mal sehen, was die nette Dame am Telefonanzer zusagt Hallo, hier ist die BUP Notrufzentrale Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Wissen Sie was? Noch eine Reklametafel wurde von einem Bioterroristen verunstaltet Was soll ich jetzt nur tun? Ich erkenne Ihre Stimme, Sir Das ist nicht witzig Wir werden Sie zur Verantwortung ziehen Okay, Lady Dann mal los Ist ja süß Oh, ist ja süß, Leute Ist ja süß, Leute Was soll denn das werden hier? Was soll denn das werden? Darf ich mich vielleicht auch mal bewegen? Dankeschön, Jungs Danke Ihr seid richtig geil drauf Klein Pisser, ey Weg hier Weg hier Keine Chance Keine Chance Du bist einmal getroffen Du kannst uns einfach so knicken Die Kacka Kackawust Dann gehe ich eben von hierin An die Sache Erholst du dich jetzt? Alles klar Alles klar, Signor Okay, alles klar Alles klar Wtf, wie kann man den daneben ballern? Okay, alles klar Wenn man so schlecht ist Kann man es auch nicht Hat man es auch einfach nicht anders verdient Wuii Jo, Junge Der prügelt mich aus meinem Neonrausch Oder was? Ist klar, Kumpel Ist klar Boah, geht die in mir auf den Sack, oder? Gätsch Gätsch mein gott wie nervig moment mal moment mal sagen wir nicht wir haben wieder einen kreuzeknochen hatten wir nicht schon die hatten wir nicht eine neue jacke leute so kriegt ihr neue jacke na gut leute das soll es jetzt auch mal erst mal gewesen sein mal schauen mal schauen ich werde das dann jetzt erstmal an die tage hochladen und dann schauen ob wir da überhaupt wirklich noch bock drauf hat ansonsten machen wir noch ein paar missionen hier zum beispiel paar graffitis aber so viele scheinen echt nicht mehr nah zu sehen wir werden sehen wir werden sehen na gut leute auf jeden fall danke fürs zusehen ich kenne das ganze wenn es euch gefallen hat unterstützt es lasst eine bewertung da bis zum nächsten mal und tschüss